Scheiße gelaufen, ne? Wir brauchen mehr Ofen! Ofen? Das heißt auch nicht Öfen, ne? Das heißt Ofen. Ein Ofen, zwei Ofen. Als wenn... Nein, das heißt Öfen, Mann! Wann ich grad sagen. Ich glaube, jetzt ist Eisen rein. Wie ist Eisen? Ich hab kein Eisen. Ey, willst du mich verarschen? Mach mal ein... Oh! Alter! Ey, was ist schuld, ey. Das ist gemein zu mir. Sag, dass du das nicht darfst. Wir bräuchten so langsam mal ne neue Kiste. Vielleicht einfach eine zweite. Du weißt, wenn man zwei nebeneinander setzt, ne? So. Ja, vielleicht auch... Ja, mega wenig Kohle ist mir so aufgefallen. Nein, ich hab 47. Das ist nicht so wirklich viel, ne? So Kohle sollte man eigentlich echt viel haben. Also ich hab derbe Kohle. Ich sag ja, Vladgold! Ja! Niveau. Natürlich. Ja! Hab'n wir noch ein Schild? Ich krieg's erst mal ein Schild mit Evo bauen. Ja, das ist... Das, äh... Kiste. So, was... Wollen wir jetzt nicht so irgendwie mal so hausmäßig was machen? Können wir tun. Guck mal, wir haben den ganzen Berg zur Verfügung. Wir können so ein Bild aber nicht auf dem Berg bauen. Ja, nicht ganz. Darf ich eine Rüstung bauen? Vorbauen, weißt du? Mal hier so ein bisschen so... Wer hat noch ein Hand, noch wer Eisen? Das sind das Kreiswegbauen, da ist. Steht schon Naturschutz. Oh, es ist ein Banause. Hat noch wer Eisen? Nein. Kunstbanause. So, genug drin, guterweise sechs Stück. Aber halt noch nicht verarbeitet, ne? Sechs Stück, wow! Wow! Das sind wir rich. Rich people. Ja, Rutschnecker. So, wo ist denn unsere Obsidian? Äh, hier. Danke. Bitte. Und die Diamanten sind auch drin. Ja. Hm, gut, dann brauche ich Leder. Mal an, schriftliche Seite. Handy, wer? Probieren wir mal größere Kiste. Bar für Minderheiten. Lässt du die da bitte stehen? Oder möchtest du die Minderheiten diskriminieren? Das vielleicht mal. Oh, ist das schon wieder los? Bis vorm Walde komme ich her. Mach die Tipp. Ja, hallo. Ne, jetzt muss ich auch schon zu Ende sagen, den Satz. Ich muss euch sagen, dass Weihnachten... Haben wir irgendwo einen separaten Raum nicht benutzen könnte? Mach mal hier einen hin. Bauen wir einen. Mach ich gerade. Deni, guck mich an. Weihnachtet es? Guck mal, komm an. Äh, dein Gesicht weihnachtet. Dein Gesicht weint. Ich will auch YOLO sehen, warte, wo ist YOLO? YOLO, NIGA. Dreh dich um. Dreh dich um. Mein Wack. Da fisch ein Nass. Wißt du gar nicht, wofür es steht? Doch, we are game. We are game, aber da fehlt ein Nass. Ja. Okay, ihr habt doch, wisst wohl, wo es zu steht. Hallo, Swack is out, Wack is in. Wack. Steh den Wack out. Ja, wir haben auch schon so eigenes Lied. Steige aus dem Bett. Zieh die Wack raus. Zieh die Wack raus. Schau kurz in den Spiegel. Sag kurz, sag. Sag away. Yeah, get ready, so. Da musst du noch so eine Marke produzieren. Geil, wir müssen eine Platte aufnehmen. Ja. Hey, ja, alle sind an der Kiste. Nein. Hier, die Emeralds. Du musst die auch mal so ein bisschen verschieben, alles. Das war einfach so. Irgendwer in Inventory-Treeks drin? Nein, 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 nein. Ihre auch nicht. Mein Eisen. Mein Eisen. Mein Gold. So. Welches Level seid ihr so? Elf. Oh! Elf. Fünf. Acht. Ich bin in der Winter. Wow. Herein. Hey, da klumpft jemand. Oh nein, die Zeugen hoch aus. Oh mein Gott. Oh nein, sie hat Waffen dabei. Die werden im Ohrschwatt. Du hast einen Pfeil im Kopf. Aha. Alter, das sieht geil aus. Du hast den genauer auf der Seite ins Ohr reingerabbt. Au. Alter, was ist das für eine Rüstung? Nehm die Scheiß, Iron, sie das sehr gut. Ich hab 40 Stück abgebaut, das gönne ich mir. Das ist mein, ich. Team play. Oh ja. Immerhin hab ich die sogar verzaubert, die Rüstung. Mit Weakness oder? Das war meine Level. So wie sag ich das so? Echt? Nein. Ja, mit Weak. Ah, ich hab die verzaubert. Ich hab Weak-Schutz 3 drauf. Wow. Musst du auffassen, dass du mich nicht berührst. Es gibt ja wirklich Dorn oder so zur Zauberung, ne? Tach, Schutz 2. Oh, ich hab nur noch drei Level. Was bringt eigentlich, äh, nen... Wie heißt das Teil nochmal? Weg. Haben wir noch Eisen? Nein, du hast alles verbraucht. Gleichberechtigung. Oh, du kommst erstmal, du kommst erstmal auf einen Zug. Echt? Komm, ich rasier dich, Freunde, ich rasier dich, die... Okay, das meinst. Jetzt wird es so heimisch. Komm, ich lau auf deinem Feld rum, was machst du jetzt? Ich lau auf deinem Feld rum. Jetzt weint er. Guck, René, guckst du? Guck, guck, ich lau auf deinem Feld rum. Auf deinem Feld im Kreis. Ja, schau. So, ich bin der Wind. Tschau. Geh, du Mann, mit deinem protzigen Scheißkack. Kann man eigentlich überall schützen? Nein, kann man nicht. Nein, kann man nicht. Leute. Was? Was hat sie gemacht? Nix, nix. Oh, das bist du gewesen. Nee, du schlägst mich. Oh, Mann. Nur weil ich aussehe wie ein Creeper. Hey, der hat eine Schaufel. Pass auf, der hat eine Schaufel. Meine Level. Diese Aim-Botsch hier, Dinger, ne? Ich weiß nicht. Die 3-0-X-P für Creeper explodiert sind? Nein. Seit dahin? Es ist sehr unpraktisch, wenn wir in die gleiche Richtung uns kämpfen. Ist hier hintbar? er war auf den überhaupt hin kaufstürmer um ich weiß man ein durst brauchen wir ein eisenschwert ich habe einen bogen von das glatt gekriegt oh super weil ich doch ich vermache dem eine latex schule er ist aber das sind unschuldige da sind es gestorben ich bin klar ich glaube so nicht nicht hin ich bin jetzt gerade voll ressourcen sparen und mit nur so anmerken und nennen ein paar damit sich und die spaß des hausen an was linken und zweck eine lütz maximal pigmentierter das ist ja irgendwie fände ich das irgendwie noch viel diskriminierter die künftige und ein Fingente sind voll wo seid ihr hin ich schüttelte mir sind verknüpfen sich noch auf taucht ja ja doch für die Verkaufstattung er hat er hat er und bei mir ich glaube bei mir zurück zur Hütte für etwas das ist ein feinem Fuß immer aber sie draußen ich dachte ihr seid in der Höhle ich glaube ich jetzt in der Höhle ich bin in der Höhle ich fahre gerade m Ich fände es lustig, wie man sich irgendwie Bernstein züchten könnte in Minecraft. Könnten wir das Bernsteinzimmer bauen? Bernstein kann man so gut züchten, da brauchst du erstmal so ein Zimmermust, die du dann so scheiße. Da brauchst du noch Baumharz und das lässt du dann einfach 200.000 Minecraft-Jahre. Baumharz. Ich kann das. Ja, es kommt bestimmt beim nächsten Update. Ja, weil ich das gesagt habe, natürlich. Natürlich. Neu. Notch ist dein bester Abonnent. Und der Einzige, zugleich. Ich habe eine Uhr gebaut. Selten ein bisschen mies. Ich habe eine Uhr gebaut. Ich bin nicht dran, du kriegst so Wasser. Hier, du scheiße In-Bot-Skillet. Arm-Bot. Hüpfen wir durch den Walde. Hallo, Creeper. Hier, Creeper. Also ich glaube, an Zombie-Fleisch wirst du uns jetzt nicht mangeln. Warum explodierst du einfach so? Ich war Kilometer weit weg. Ich habe irgendwie mein Minecraft mega leise. Ich weiß gerne, warum. Ist das irgendwie hier so leise gestellt oder so? Eigentlich nicht. Ich verstehe es nicht. Ach so ruhig. Seid ihr noch da? Ja. Ich werde zu ruhig geworden. Das ist schon fast schön. Ich lasse deine erstrecken. Genau, das Qualkauf. Sehr schön. Ja, get money. Oh. Oh. Hört ihr mich? Ja. Ich denke, ich werde in der Zeit kurz nur meine Audiosports gemacht haben und hier rumstehen. Damit die Videos im Kronen bleiben. Das ist sehr lieb von dir. In dem Moment bin ich mal so eine halbe Stunde weg. Muss nicht, äh, Ding sowieso jetzt weg? Ja. Ja, weiß. Wie wäre es, wenn wir da nicht jetzt einfach generell eine Pause einlegen? Nein. Das wäre vielleicht klug. Anstatt irgendwie eine halbe Stunde gehen sie zu machen, kommen wir jetzt sowieso bellende Hunde hier rein. Minecraft bekommt auch immer realistischere Sounds. Ja. Ja, irgendwie geil. Ich finde die neuen, äh, Sounds für die Hunde extrem gut. Ja, ich auch. Ach, ich will noch was machen. Das klingen vorher wegen dem Glöckchen um den Hals. Ja. Ja, genau. Der ist erst in fünf Minuten weg, ne? Dominik. Äh, wir können auch jetzt, also, wir können jetzt auch eigentlich anhalten, ne? Ganz kurz, ganz kurz. Ich, was? Das ist gerade eh nichts los. Echt? Wir könnten jetzt tun. Bei mir geh ich auch die Party ab. Ja, du läufst total spannend. Du, ich hab gerade voll die gute Idee. Ich hab, äh, Stan, I have an impressive idea. Willst du dich umbringen? Ja, das ist ja, das kommt zu. Oh, wir waren Kaktus. 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 Eulgäu, ich, unerfällig. Dahinten, ich muss das noch eben machen. Kraft, wir mal bitte, wir kraften, wir bitte weg, man schaufelt. Gibt's nicht, ich kann. Würde. Nee. Das, wirst du dich jetzt in der Sand umbringen, das wäre vielleicht spannend. Ich, folge deine Sachen. Ich hab's Anspruch erhoben. Was? Ich krieg all deine Sachen, wenn du stirbst. Alles klar. Ich sterbe auch nicht, ich stelle drauf, den Berg. Dann ist ja langweilig. Würdest du das Publikum unterhalten oder zum Schlafen bringen? Nee, ich umbringe. Er bringt das sowieso zum Schlafen, also. Oh, nee. Du wolltest hier den Dings haben. Oh, oh. Ich hätt dich fast umgebracht, ey. Das wär Mord, ne? Ja, ich weiß. Ist schon klar, dass das eine Todsünde ist, ne? Und dass Gott das selbst in Mannschaft nicht sehr gerne sieht. Was versuchst du jetzt? Ah, kann man hier reinspringen? Ich weiß. Komm, ich geh mal weg. Du probierst es als erstes. Nein, 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 nein. Okay, komm, mach mal ne Moodprobe. Ich mach mit. Ich will sowas von sterben. Hat jemand Fleisch? Gib mir kurz Fleisch, gib mir kurz Fleisch. Als ob wir hier runterspringen. Wir sterben alle, das mach ich nicht. Das ist unverantwortlich, Leute. Bitch. Ich bin zwar unten in der Höhle und seh nichts. Nee, ganz ehrlich. Wir werden dann mindestens... Kannst ihr hier nachher die Aufnahme machen? Wir werden mindestens zum einen dezimiert, wenn wir da runterspringen. Ich klettere runter. Wir können nicht jetzt einmal so einmal kurze Lage... Ich will das jetzt hier Serious Business zu Ende spielen. Bis ich irgendwie von der Tour aus sterbe oder Aura. Hey, übrigens, apropos. Serious Business... Er springt, er springt! Er übernimmt! Was seid ihr denn? Kein Problem für den Polen. Was seid ihr denn? Er ist das gewöhnt zu flüchten. Flüchte du die mal jetzt. Hohohoho! Okay, lassen wir das Lauf. Ich bin fast tot. Oh, ich muss das Lachen. Okay, ich will mal sagen, jetzt... Ja, wo seid ihr denn? Ich möchte euch noch mal sehen. Oh, wir gehen jetzt. Ja, wir treffen uns jetzt alle mal vorne vom Eingang. Zur Pause. Zur Pause? Pause! 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 Aber du musst jetzt das Ding Dong von der Schule einbauen, sonst ist es keine Pause. Ja, zur großen Pause. Ja. So. Ich bin dafür, wie wir beenden die... Ja, da staunst du, ne? Ich bin dafür, wie wir beenden das beim Niveau. Wo, schlau nicht. Ja. Hast du auch mal so's gemacht? Was nicht mehr in die EG Schaden. Geh da runter. Echt? Ja, das ist ja gar nicht das Niveau. Du machst mal ne Rüstung, Komfort. Oh, oh, Entschuldigung, ich bin irgendwie ins Mikro von gekommen. Leute! Ich bin voll die professionellen Hardcore-Spiele. Ja, sitzen wir auch. Du sollten, glaube ich, das diesmal noch PvP ausmachen. Und ich frage euch. Okay. Dein Baum löst sich unter dir gerade auf. Er hat was immer noch den Pfeil im Kopf stecken. Nein, den habe ich ihm da gerade reingeschossen. Jetzt ist er weg. Okay, dann würde ich sagen, finde uns. Finde uns. Das geht bei dir. Ich würde sagen, wir finden uns das nächste Mal hier wieder ein. Ja. Um, 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 um ein Kreuz des Niveaus, um, um, geht mal bitte vom Niveau runter. Geht ihr da bitte runter. Geht ihr da bitte runter. Ha, 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 geht vom Niveau runter. Geht ihr da bitte runter. Geht ihr da bitte runter. Um, 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 um diesem Stück Fleisch zu gedenken. Sehr schön. Noam, noam, noam. Was machst du? Okay, gut. Bis zur nächsten Folge. Was? Vielen Dank.